Herzlich Willkommen zu dieser Hypnose, die dir dabei helfen wird, schnell und ruhig einzuschlafen. Du brauchst nichts anderes zu tun, als meinen Worten zu folgen und die Kontrolle abzugeben. Es gibt jetzt nichts mehr für dich zu tun, außer meiner Stimme zu folgen, solange wie du es magst, bis zu dem Punkt, wo du einfach dein Bewusstsein abschweifen lässt, loslässt und einschläfst. Schließe spätestens jetzt deine Augen. Ich zähle gleich von eins bis drei. Bei der Zahl drei angekommen, nimmst du einen tiefen Atemzug, hältst die Luft an, solange wie es für dich angenehm ist. Dann, wenn du selbst das Gefühl hast, weiteratmen zu müssen oder zu wollen, atmest du ganz einfach weiter. Eins, zwei, drei, jetzt einatmen, Luft anhalten, solange wie es angenehm für dich ist. Atme weiter, wenn du willst oder musst und bemerke dann den Gasaustausch, der in dir stattfindet und dich jetzt, wie meine Stimme, immer ruhiger und ruhiger werden lässt. Deine Augen sind geschlossen und mit jedem Atemzug lässt du mehr und mehr los. Die kleinen Muskeln in deinen Augenlidern werden jetzt immer entspannter und entspannter. Jedes Mal, wenn du ausatmest, werden deine Augenlider immer schwerer und schwerer. Loslassen, geschehen lassen. Du fühlst dich vollkommen wohl und du lässt immer mehr los. Sehr gut. Mit jedem Wort, das ich sage und mit jedem Takt dieser wunderbaren Melodie lässt du immer mehr los und geschehen, gibst alles ab, was du jetzt noch mit dir trägst. Deine Augenlider werden noch schwerer und schwerer. Die Müdigkeit in deinen Augenlidern nimmt zu. Und ich zähle gleich noch einmal von eins bis drei. Dieses Mal bei der Zahl drei angekommen, lässt du die Entspannung, die du bis dahin bereits in deinen Augenlidern erreicht hast, über dein Gesicht durch deinen ganzen Körper fließen. Bei der Zahl drei angekommen, lässt du die Entspannung, die du bis dahin in deinen immer schwerer werdenden Augenlidern erreicht hast, aus deinen Augenlidern heraus, über dein Gesicht durch deinen ganzen Körper fließen. Eins. Schwerer und schwerer werden deine Augenlider. Zwei. Völlig müde und schwer und entspannt sind die kleinen Muskeln in deinen Augenlider. Zwei. Jetzt lässt du die Entspannung aus deinen Augenlidern heraus, über dein Gesicht in den ganzen Körper fließen. Mit jedem Atemzug sinkst du tiefer und tiefer in eine angenehme Müdigkeit und Schwere. Gedanken ziehen wie Wolken an dir vorbei, wie ein strömender Fluss vor deinem geistigen Auge. Schwimmen Gedanken an dir vorbei. Sie kommen und gehen und du lässt sie einfach vorbeiziehen. Während du tiefer und tiefer in die Entspannung gleitest, stell dir vor, du stehst jetzt an einem ruhigen und friedlichen Fluss. Nimm das Bild immer deutlicher vor deinem geistigen Auge wahr. Du stehst an diesem ruhigen, friedlichen Fluss. Das Wasser fließt sanft und gleichmäßig wie dein Atem und die Oberfläche des Wassers reflektiert die Farben des Himmels. Nimm es immer deutlicher wahr. Die Oberfläche des Flusses reflektiert die wunderbaren Farben des Himmels. Du siehst die Farben des Sonnenuntergangs. Warme Rottöne. Leuchtende Orangetöne. Sanfte Gelbtöne. Sanfte Gelbtöne, die sich im Wasser spiegeln und miteinander verschmelzen. Imaginär gehst du näher an den Fluss und siehst, wie die Farben im Wasser tanzen. Es ist, als ob der Fluss aus flüssigem Licht besteht. Es ist ein energetischer Fluss, vollgepackt mit positiven Energien. Die Farben tanzen und wirbeln, und nur durch diesen Anblick fühlst du dich schon wohler und lässt noch mehr los. Sie verschmelzen förmlich in einem endlosen Spiel von Ruhe und Harmonie und du singst weiter tiefer und tiefer mit jedem Atemzug und fühlst dich mit diesem Anblick immer wohler und wohler. Du hebst einen kleinen flachen Stein auf und wirfst ihn ins Wasser. Sofort breiten sich sanfte Wellen aus und die Farben scheinen sich zu verändern. Als ob sie auf die Berührung des Steines reagieren, wechseln und verschmelzen die Farben untereinander und miteinander. Jede Welle bringt neue Schattierungen, Muster und Farben hervor. Du fühlst dich vollkommen wohl. Und du entspannst mehr und mehr. Während du vor deinem geistigen Auge dieses wunderbare Farbenspiel betrachtest, fühlst du dich wohler und wohler. Du fühlst, wie sich eine tiefe Ruhe und ein Gefühl der Geborgenheit in dir ausbreiten. Die Farben strahlen eine angenehme Wärme aus, eine positive Energie, die dich durchdringt und du spürst, wie jeder Teil deines Körpers von dieser wohltuenden Wärme durchflutet wird. Stell dir nun vor, wie du langsam deine Hand in das Wasser tauchst. Das Wasser ist angenehm warm und unglaublich weich. Du spürst, wie die Farben dieses energetischen Flusses auf deine Haut übergehen. Wie sie in dich hineinfließen und energetisch von innen erleuchten. Jede Farbe hat ihre eigene Bedeutung und Energie, die dich stärkt und immer ruhiger werden lässt. Während du weiterhin die Farben des Flusses beobachtest und spürst, wie sie positiv auf dich wirken, sinkst du immer tiefer in den Zustand der Müdigkeit und Schwere. Jeder Atemzug bringt dich tiefer. Jede Farbe trägt dich gedanklich, geistig weiter fort. In eine Welt der Ruhe und Gelöstheit. Du fühlst dich wohl und hast zu jeder Zeit die Kontrolle. Diese Stimme begleitet dich. Lasse dich vom Fluss der Farben tragen und spüre, wie die sanften Wellen dich wiegen und die Farben und Energien dich umarmen. Du bist sicher und umarmt von einem Gefühl der Liebe. Du fühlst dich wohler und wohler und gibst dich vollkommen diesem Gefühl hin. Du singst immer tiefer und tiefer in den Zustand der Entspannung und Müdigkeit. Mit jedem meiner Worte und jedem Takt dieser Melodie singst du tiefer. Loslassen, geschehen lassen, wirken lassen. Erlaube deinem Bewusstsein zu schlafen. Die Farben tanzen und wirbeln in dem Wasser. Und jede einzelne Welle, die du siehst, trägt dich weiter in die geistige und körperliche Entspannung. Stell dir nun vor, wie du nun langsam deine Füße ins Wasser tauchst. Du kannst stehen und merkst den sanften Grund. Dieses energetische Wasser ist angenehm warm und fühlst dich angenehm an deiner Haut an. Fühle oder stelle dir vor, wie es sich anfühlen würde. Wie die sanften Wellen dich energetisch umspülen und eine tiefe Ruhe in dir produzieren. Mit jedem Atemzug lässt du dich mehr und mehr auf diesen Moment ein und fühlst dich dabei wohl und gelassen. Innere Heilung beginnt. Lasse los. Wirken lassen. Geschehen lassen. Wohl fühlen. Begleitet von dieser Stimme, die zu dir spricht wie ein guter Freund. Du hast jetzt dieses innere Gefühl, dass der Fluss dich dazu einlädt, noch tiefer in die Energien dieses Flusses einzutauchen. Du gleitest langsam hinein, das Wasser umhüllt und trägt dich sicher an der Oberfläche. Dies ist kein gewöhnlicher Fluss von dieser Welt. Dieser energetische Fluss umsorgt dich mit Liebe und Akzeptanz. Du spürst die Liebe, wie sie dich durchströmt. Sicher getragen von den Energien der Liebe und Akzeptanz trägt dich dieser Fluss und seine Energien der Heilung durchfluten und durchdringen jede deiner Körperzellen. Dein Körper regeneriert sich von selbst. Du lässt vollkommen los. Gedanken ziehen wie Wolken an dir vorbei. Du fühlst dich wohler und wohler mit jedem Atemzug, mit jedem Takt dieser Melodie. Eine tiefe Müdigkeit breitet sich aus. Erlaube deinem Bewusstsein zu schlafen. Die positiven Energien fließen durch dich hindurch. Jede einzelne Farbe hat eine heilende Wirkung auf dich und bringt dir Ruhe und Kraft. Du bist vollkommen sicher und geborgen, getragen von den sanften und energetischen Armen dieses Flusses, der Heilung und Akzeptanz. Während du dich im Wasser treiben lässt, welches eigentlich reine Energie ist, spürst du, wie du immer mehr und mehr loslassen kannst, viel weniger leicht angespannt sein kannst, deinem Bewusstsein erlaubst zu schlafen, Die Bewegungen der Wellen lassen dich sanft und gleichmäßig in einem ruhigen Rhythmus wiegen. Du atmest ruhig, tief und gleichmäßig, fühlst dich wohler und wohler. Du fühlst, wie das beruhigende Blau dich in eine tiefe Gelassenheit führt. Du fühlst, wie das wärmende Gelb deine Stimmung erhält und das erdende Grün dir Stabilität und Balance schenkt. Ein sanftes Rot schenkt dir Liebe und Akzeptanz. Egal wie tief du in diesem Fluss eintauchst, wie weit du mit deinem Bewusstsein abschweifst, du kannst dir sicher sein. Irgendetwas hält immer die Kontrolle und den Kontakt zu dieser Stimme, die wie ein Freund zu dir spricht, dich behütet und beschützt. Alles ist gut. Lasse dich vollständig auf dieses wunderbare Erlebnis ein. Spüre die sanfte Bewegung der energetischen Wellen, die dich tragen und die heilenden Energien der Farben. Dein Körper ist leicht und entspannt. Er kann sich schwer und leicht anfühlen. Dein Geist ist ruhig und müde. Loslassen, geschehen lassen, einfach treiben lassen. Müdigkeit breitet sich aus. Immer tiefer und tiefer sinken und loslassen. Fühle dich vollkommen wohl und geborgen. Diese Stimme begleitet dich. Während du weiterhin von diesen energetischen Wellen getragen wirst, wirst du dir mehr und mehr bewusst, dass du Teil eines größeren Ganzen bist. Der energetische Fluss der Farben verbindet dich mit allem, mit der Erde und dir selbst. Du bist geborgen und sicher, getragen von der unendlichen energetischen Kraft der Liebe, die von diesem Ort ausgeht. Lasse los und genieße diesen Zustand der Ruhe und des Friedens, der absoluten Müdigkeit. Du wirst getragen immer tiefer in die Entspannung und du bist bereit, dich vollkommen hinzugeben, dich leiten zu lassen, wohin auch immer dich dieser Fluss der Energien tragen wird. Denn in diesem Moment bist du sicher und umsorgt. Du hast zu jeder Zeit die volle Kontrolle und genieße das Gefühl der Liebe und Akzeptanz, umwogen von diesen wunderbaren, heilenden Energien. Lasse dein Bewusstsein schlafen. Lasse dein Bewusstsein schlafen. Lasse einfach los. Deine Gedanken werden noch ruhiger und noch langsamer. Jede energetische Welle wiegt dich sanft und trägt einen Teil deiner noch restlichen Anspannung einfach davon. Bringt dich näher an einen Zustand der völligen Gelöstheit und inneren Ruhe. Stell dir mit dem Teil, der noch wach ist, vor, wie die Farben sanft in dein Bewusstsein übergehen. In den Teil, der noch meint, eventuell wachsam sein zu müssen. Und dich mit einem ruhigen, energetischen Gefühl von Gelöstheit und inneren Frieden erfüllen. Die wunderbaren Farben vermischen sich und durchdringen mit ihrer leuchtenden Kraft, die nicht von dieser Welt ist, dein ganzes Sein. und du spürst immer mehr und mehr diese Müdigkeit, wie sie dich umgibt und durchflutet, gepaart mit einem Gefühl der Liebe und Akzeptanz. Du fühlst dich sicher und geborgen in dieser wunderbaren, energetischen, leuchtenden Pracht der Farben und Heilung, die dich wie ein sanfter, behutsam geformter Kokon umhüllen, beschützen und umarmen. pure Heilung und Regeneration für Körper und Geist. Diese Zeit ist nur für dich bestimmt, für deine Heilung und Regeneration. Du hältst keine Gedanken mehr fest. Du lässt deine Gedanken einfach nur kommen und wieder gehen. und mit jedem Atemzug, mit jedem Takt dieser Melodie singst du noch tiefer in einen Zustand von völliger geistiger und körperlicher Entspannung. Du hast zu jeder Zeit die volle Kontrolle und lässt noch mehr los. Mit jedem Atemzug, den du nimmst, spürst du, wie du noch tiefer in die Entspannung sinken kannst. Dinge, von denen du dachtest, sie seien schwer, sind jetzt vollkommen leicht für dich. So, als würden Dinge geschehen können, die du für unmöglich gehalten hast. Fühle dich wohler und wohler. Fühle dich wohler und wohler. Du atmest ruhig, tief und gleichmäßig. Dein ganzer Körper ist umringt von einem Gefühl der Liebe und Akzeptanz. In deinem Geist beginnt eine Traumreise, die dich an wunderbare Orte führt. Orte des Friedens und der inneren Ruhe. Du bist nun bereit, dich dieser Reise geistig hinzugeben, geführt von diesen energetischen Farben in diesem energetischen Fluss, der dich sicher und behutsam in einen tiefen und erholsamen Schlaf trägt. Lasse jetzt los und spüre, wie die sanften Wellen dich immer tiefer und immer weiter führen. Sie wiegen dich in einen wundervollen Schlaf. Du bist sicher und getragen von der unendlichen Liebe dieser unglaublichen Kraft. Deine Reise in den Schlaf hat begonnen. Und du bist bereit, dich dieser Reise voller Liebe und Akzeptanz dich voll hinzugeben, wohin sie dich auch führen mag. Wundervolle Träume werden dich begleiten. Du fühlst dich immer sicherer und wohler. Meine Stimme begleitet dich und mit jedem Atemzug singst du tiefer, noch tiefer als davor. Eine angenehme Müdigkeit erfüllt deinen ganzen Körper und deinen Geist. Du bist vollkommen sicher und entspannt. Deine Gedanken sind ruhig. Deine Atmung ist ruhig. Du spürst, wie Frieden und Ruhe dich umhüllen und durchströmen. Dein Körper ist entspannt, fühlt sich schwer oder leicht an. Du lässt alle restliche Anspannung mit jedem Ausatmen los. Jede Bewegung wiegt dich in den Schlaf. Du spürst deine tiefe Gelassenheit. Du spürst deine tiefe Gelassenheit. Eine angenehme Wärme umhüllt dich. Du fühlst dich vollkommen wohl und geborgen, bist vollkommen sicher. Eine heilende Energie durchflutet jede Zelle deines Körpers. Dein Geist ist ruhig und bereit für den Schlaf. Dein Geist ist ruhig und bereit für den Schlaf. Jedes Geräusch, das du wahrnimmst, nimmst du als Signal, noch tiefer zu entspannen und zu schlafen. Du bist sicher und geschützt. Die Müdigkeit wird noch stärker und angenehmer. Du lässt dich vollkommen auf die Müdigkeit ein. Du bist bereit zu schlafen. Du fühlst dich wohl und sicher. Du weißt, dass du sicher und geborgen bist. Spüre, wie die Entspannung und Müdigkeit sich weiter vertieft. Du atmest ruhig, tief und gleichmäßig. Du bist umgeben und umarmt von einem Gefühl der Liebe. Müdigkeit breitet sich weiter in dir aus. Du bist in einem Zustand der vollkommenen Ruhe. Du fühlst dich sicher, geborgen und bereit für den Schlaf. Lasse los. Einfach loslassen. Deine Gedanken sind ruhig. Deine Atmung ist ruhig. Du spürst, wie Frieden und Ruhe dich umhüllen und durchströmen. Dein Körper ist entspannt, fühlt sich schwer oder leicht an. Du lässt alle restliche Anspannung mit jedem Ausatmen los. Jede Bewegung wiegt dich in den Schlaf. Jede Bewegung wiegt dich in den Schlaf. Meine Stimme begleitet dich in den Schlaf. Meine Stimme begleitet dich auf deinem Weg. Meine Stimme begleitet dich auf deinem Weg. Du fühlst dich auf deinem Weg. Du fühlst dich vollkommen wohl und geborgen. Bist vollkommen sicher. Eine heilende Energie durchflutet jede Zelle deines Körpers. Dein Geist ist ruhig und bereit für den Schlaf. Loslassen. Loslassen. Geschehen lassen. Einfach wirken lassen. Jedes Geräusch, das du wahrnimmst, nimmst du als Signal, noch tiefer zu entspannen und zu schlafen. Du bist sicher und geschützt. Die Müdigkeit wird noch stärker und angenehmer. Du lässt dich vollkommen auf die Müdigkeit ein. Du bist bereit zu schlafen. Du fühlst dich wohl und sicher. Du weißt, dass du sicher und geborgen bist. Du weißt, dass du sicher und geborgen bist. Du atmest ruhig, tief und gleichmäßig. Du atmest ruhig, tief und gleichmäßig. Müdigkeit breitet sich weiter in dir aus. Du bist in einem Zustand der vollkommenden Ruhe. Du fühlst dich sicher, geborgen und bereit für den Schlaf. Lasse los. Deine Gedanken sind ruhig. Deine Atmung ist ruhig. Du spürst, wie Frieden und Ruhe dich umhüllen und durchströmen. Dein Körper ist entspannt, fühlt sich schwer oder leicht an. Du lässt alle restliche Anspannung mit jedem Ausatmen los. Jede Bewegung wiegt dich in den Schlaf. Du spürst deine tiefe Gelassenheit. Meine Stimme begleitet dich auf deinem Weg. Eine angenehme Wärme umhüllt dich. Du fühlst dich vollkommen wohl und geborgen, bist vollkommen sicher. Eine heilende Energie durchflutet jede Zelle deines Körpers. Dein Geist ist ruhig und bereit für den Schlaf. Loslassen. Geschehen lassen. Einfach wirken lassen. Jedes Geräusch, das du wahrnimmst, nimmst du als Signal, noch tiefer zu entspannen und zu schlafen. Du bist sicher und geschützt. Du bist sicher und geschützt. Du lässt dich vollkommen auf die Müdigkeit ein. Du bist sicher und schützt. Du bist bereit zu schlafen. Du bist bereit zu schlafen. Du fühlst dich wohl und sicher. Du weißt, dass du sicher und geborgen bist. Du bist bereit zu schlafen. 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 Du bist in einem Zustand der vollkommenen Ruhe. Du fühlst dich sicher, geborgen und bereit für den Schlaf. Du bist bereit zu schlafen. Lasse los. Einfach loslassen. Amen. 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 Amen.